ARKTIC COMBAT SUCHTIES Moin Leute, wir sind's wieder, die Arctic Combat Suchtis, Toscroller, MC Flippy und natürlich ich, der Wicked. Wir, ähm, da hier steht wieder einer mit der, ähm, ja mit diesem Raketenwerfer, ne, den snag ich hier erstmal kurz weg. Ja, mit dem Aschie hier. Leute, Leute, wir müssen mal erstmal die Leute informieren, dass die Leute... Hoa, du guten Abend. Hallo. So. Wo versteckt der sich? Wo ist der denn hin? So. Oh, hast du da? Na, ich hab hier grad einen, äh, verfolgt. Ja, ho, der ist ausweist. So, ich will jetzt hier irgendwas, äh, killen. Da hinten läuft doch einer. Ja. Wo? Na, bei dir war einer, der fort aber... Oh, einer ist auf dem Vordach. ...abgeknallt. Bei diesem Tark... Tarkin oder wie der Scheiße heißt. Ja, ich hab einen. Uhuhuhuhu. Komm, komm, ey. Komm, komm, ey. Bei den Flammen, du helfst. Ja, Dappel, Dappel... Na, hier geh ich mal einmal weg. G-Giles. Wer ist denn hier? Der MC, du, der MC. Ach, krass, man, man, man kann mit dem Gewehr auch schlagen. Ja, klar, wenn du eh drittst. Auch eh. Ja. Ich Messer zum Beispiel. Fäng mal davon ab, was für eine Waffe du hast. Ich Messer zum Beispiel mit dem Maschinengewehr. Dann haust du mit dem Schaft zu, oder? Oder was da nochmal sein soll. Ja. Yes, Granatenkill. Manuel, jetzt. Good luck. Ach ne, da hinten spawnen die, ne? Ja, da probiert sie dann spawnen die weiter hinten. Ach, schade. Ich camp jetzt hinterm Panzer. Was denn das? Rauch! Oh mein fucking Gott, Alter. Ja. Mach's denn bitte rauchen, ey. Ah, Mist, da hat er mich. Fass! Ah! Oh, bloß weg hier. Virtus Koller, ich folge dir. Ja, ich weiß ja nicht, wann ich das die letzten Folgen gesagt habe. Ich glaube sogar vorletzte oder so erst wieder. Ja. Wir können uns natürlich gerne adden. Also mich zumindest. Wie schon gesagt, ich weiß es ja nicht. Wie es um die Wicke steht. Ja, da könnt ihr es mal versuchen. Und mich mal wieder gern. Ihr könnt es ja mal versuchen, sag ich. Pass auf. Jetzt bin ich hier in der Garage, da will ich ja gar nicht hin. Oh, guck mal hier mal. So, ey, wir sind hier jetzt. So, Tuskuller, ich komm dir mal hinterher. Ich mach das. Ich bin grad ein bisschen low. 16 HP. So, da, wenn du da jetzt raus gehst, rechts um die Ecke, geradeaus ist der dann Spawn. Ja, ja, ich weiß. Deshalb guck ich da am besten mal nicht. Warum bin ich denn jetzt klein? Ja, deswegen bin ich hier. Da kommt einer rein. Pass auf, da kommt einer rein. Ja. So, wer ist denn da? Da ist die MC und die Wicke. So, ich komm zu euch. Ich schmeiß die Flash durch. Scheint clean zu sein. Auf jeden Fall hat jemand geflasht. Da kommt einer rum. Da kommt einer rum. Nice. So, good job, good job. Na, gucken wir mal. Kann ich mal noch ein Nade rein. Oh, Scheiße. Oh, schade. Ich war hier noch gerade noch. Ich steh hier jetzt am, ich steh hier jetzt am MG und snack die direkt nach dem Spawn weg. Nein, Mist. Kommt von der anderen Seite. Ach, Scheiße. Hilfe, ich seh' nicht mehr. Nein, ich hab gedacht, durch das Springen, ich hing an diesem verkackten Pass weg, äh, dran. Lass mal hier oben ins Haus rein, ich will mal gucken, was hier ist. Ja, okay, guck mal. Das ist nicht zu langweilig. Ist geflasht, ist geflasht. Rein, 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 rein. Was? Da steht der immer noch. Der steht jetzt mitten im Raum. Ich snack ihn weg, wenn er an der Tür vorbeikommt. Ne, der ist wahrscheinlich wieder hinten raus. Ja, wenn du reinkommst, jetzt komm doch raus. Oh fuck, jetzt bin ich hier raus. Was? Alter, wie ich mit der P90 auf dem Fall noch keine Schnitte hab. Und dann zum Beispiel nicht gegen die AK-Hübung. Okay, hier geh ich wieder raus. Warum? Oh, oben am Fenster. Ach, ne, doch nicht. Ah fuck, dieser Dumme. So, MC, ich schmeiß einer. Blöder Artillerie-Schlag hier. Einer ist in diesem Kästchen drin. Weißt ja, meine ich nicht. Kästchen. Scheiß, Alter. Granada. Hey, MC Flippy. Moin. Der vergangenen Camper. Boah, Rika, Alter. Stinkst du da. Hoppala. Du bist doch schön, ne? Ja. Alter, da hat er mir richtig mitgegeben hier. Bam, Double Kill. Mit einem Headshot noch rein. So schmeckt das. So schmeckt das. So schmeckt das. Also, MC, ich komm gleich zu dir. Ich jump mal eben hier über die Kiste. Guck mal, wo man hier hoch kann. Zack. Brrrr. Hallo. Ja, ähm, hallo erstmal. Wow. Du verkackter Kisten, necker, ey. Aha. Ach, da ist die Runde. MC, du bist so ein verkackter Kisten, necker, wa? Was ist das denn jetzt? 18,9. Scheiß, negativ. Oh, krieg ich hier was? Ja, ich hab grad gar nicht raufgeguckt, ey. Du hast, ähm, du hast 9 zu 4. Ja, okay. Wollen wir hier noch ne Runde? Wollen wir hier noch ne Runde? War ja nicht so lange irgendwie, ne? Ja, klar. Direkt hinter. Eliminieren hier. Ja, alles klar. Ready. Ready, ready. Wow. MC hat 200 Money gekriegt. Jawoll. Ja, auf jeden Fall. Xdemon, du schreibst Siss ohne H. Auf jeden Fall. Geht gut, ne? Too much Camper. Hier, pass auf. OMG, this team not good, but tis only game. Lies jetzt mal durch. Ja, Slang. Too much Camper. Yep. No Ku-Mopa 101 kill me. Dann scheint jetzt das Wort Rechtschreibung nicht allzu bekannt. Ach, die Map wurde auch gechanged jetzt. Ja, sehr gut. Do you know what doesn't mean Camper Buddy? But all attack. Ja, attack ohne C. Auf jeden Fall. So, lad schneller hier. Der hätte mindestens eine Simple Passform verwenden müssen, da das Spiel ja schon vorbei war. Weil ich wäre jetzt hier nicht ein Rechtschreib-Mongo-Spiel. Und es flammt wieder irgendjemand hier rum. Der Rechtschreib-Horst. Der... Born Tripping kann hier stattfinden, weil ich es überhaupt nicht kicke. Ich bin unser Rechen-Rudi. Ja, Leute, ich trinke grad was. MC Flippy, lädst du noch, oder was? Ja, ich bin noch im Laden. Was? Ich bin im Laden. Was fragst du überhaupt noch? Ja. Komm her, Wicked. Hier lang. Rechts. Äh, ja, warte, ich... Ja, ich... Ja... Ja! Ja! Gibt's hier eigentlich Friendly Fire? Nee. Mal gucken, ihr kriegt schon direkt den ersten Kill, Sack. Und es leckt. Ja, das hab ich grad auch gemerkt. Ja, aber ich hätte voll den Flammarm gebrochen. Oh, die hier ist der beknackte Flammenwerfer, den wollen wir nicht. Nee. Einer ist links ins Haus rein. Granat! Nein, geflasht bin ich! Fuck! Granat! Der kommt jetzt hoch, der kommt jetzt hoch, der kommt die Treppe hoch. Von wo? Wo ist denn die... Oh, hier Treppe. Wenn du den Gang... Äh, ich mein die Leiter. Wenn du den blauen Gang weiter guckst, gibt's am Ende ne Leiter. Ja, gucken wir mal kurz rein. Also da kam das zumindest hoch, ich weiß ja nicht genau. Nee, Moment. Wow, Granata! Ich hab was geflasht ganz hinten. So, mein Handy vibriert gerade wieder. Da, wo da, wo du bist. Ja. Okay, da nicht. Achso. Guck, wenn du hier weiter gehst. Da, wo du bist. Und da runter. Da gibt's ne Leiter. Mal geil. Alter, wo hängt der denn? Da oben? Ah. Fuh, ey, Nick. Granata! Wollen wir auch mal da reinwerfen. Ey, Nick ist meiner gewesen. Tja, Nick, hast du wohl nicht mit gerechnet, wa? Ja. So, gucken wir uns hier immer um. Nein! Bereta 1 1 1, du stinkst nach Maggi. Du stinkst nach Maggi. Da ist da einer runtergefallen, oder was? Da kommt einer hinter dir! Ah, Gott, das gibt's noch nicht. Ey, war's sogar geflasht! Der L-Aim-Bot, auf jeden Fall. Und angefrackt auch noch mit einer Granate. Ja, ist das. Hammer nice. Ah, scheiße, Airstrike. Ich heiße, ich hab' ihn aufgesammelt. Sehr schön. Oh Gott, ich kann ihn grad' nicht einsetzen. So, meiner. Das ist jetzt meiner. Können ihn grad' nicht einsetzen. Bam, Double Kill. Nice. Ja, vor allem bin ich damit jetzt grad' wieder positiv geworden. Ich war neutral. Wohne das wär' ich neutral gewesen. So, ich geh' nach. Komm' nach. Go, 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 go. Ah, fuck, ich bin geflasht. Ja, der kommt, der kommt da lang, der kommt da lang. Pass auf. Ja, komm, gib' ihm. Gib' ihm. Schelle. Schelle von Schelle. Wow. Da war ich wohl fast am... Ja, dich hab' ich nur umgesehen, nicht Spaß. Da war ich wohl fast am Spawn. Gitter, Granato. Bam, Granatenkill. Einer hab' ich im Haus runtergeholt. Ja, sehr gut. Noch einer. Ich, ich komm' zu euch. Ich, ich werf' ne... Im Minimal geflasht. Ich werf'... Fuck, man. Ey, da konnte ich nicht mal die scheiß Granate werfen. Wer die Granate wirft, der stirbt. Oh, ja. Gibt's den Spruch? Äh, nö. Ja, müsstest du aber kennen mittlerweile. Oh, geflasht. Oder... Hier steht einer auf dem Vordach. Kann er ruhig machen. Genau. Du, du hast die M41 auch noch? Ja, aber nur noch, aber nur noch zwei Tage. Irgendwie. Ist Flash rein. Ist geflasht. Granate durch. Fuck, die... Die kommen hier überall. Ja. Ich muss nachladen. Wie Spazalatenränder, ey. Ja. Oh, da liegen zwei Halfpacks. Die könnte ich gebrauchen. Einmal. Zweimal. Sehr gut. Oh, da will ich noch eins. Alter, Berita 1, 1, 1. Äh. Ah, Doppelkill abgest... So. Ah. So, und weiter geht's. So, und weiter geht's. Was? Achso, das war nicht Barita. Na dann. Wenn's gut geht. Von wo wird hier geschossen? Na, überall. Warte, ich hab grad irgendwas im Hals. Oh, egal. Oh, offen. Ich weiß, hab ihn geflasht. Oh Gott, man. Wie ich... Ah. Ja, der Typ ist auch so ein Freak, ey. Der spielt so, als hätte er ein Aim-Board annehmen. Das ist mir normal mit dem Jungen. Ja, die hat er zu steil geworfen. Ach, fuck. Die hätte er steiler werfen müssen. Minimal geflasht. Von wo wurde ich denn jetzt schon wieder abgesnackt? Von oben ausm Haus. Von oben ausm Haus wieder, ja. Ich lauf jetzt mal durch die riesige Halle. Ich hab keinen Bock immer damals zu laufen, ernst ehrlich. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin dabei. Nein. Der liegt auf der 84 noch. Das ist sehr gut. Also falls du Raketenwerfer Spaß haben willst, der liegt dann... Oh, da kommt einer von links. Links in der Halle ist einer. Ja, oben mit dem Ring drin. Beim, äh, beim Raketenwerfer seiner. Ja, den hol ich mir. Ja, ich werd mir den... Es sei denn, er snack mich jetzt weg. Nee, der heißt Ber... Beretta. Komm mit. Ja, ich hab ihn weg. Nice. Liegt der AT vordern noch? Nee. Der hat er sich gekreilt. Einmal Hilfpack hier ein Moment. 11. Ich hilf. Hilfpack Jugend. So, ich nehm mir die Tür mal vor, falls da jemand kommt. Ja, da kommen welche. Wo? Okay. Warte, ich hab ne Flash. Ist geflasht, ist geflasht. Rein, 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 rein. Oh, hier oben ist einer. Hier oben ist einer. Hier oben ist einer. Beretta wieder. Beretta stinkt so. Der war nach Maggi. Der Jungen kann nix. Bam, Granatenkill weggeholt. Definitiv. Was ist das denn für ne Waffe? Kein Plan. Ist mir einfach egal. Bleiben gucken, ob keiner nachkommt. Nee. Safe. Doch, hier fliegt schon wieder ne Granate. Ja, toll, ne Granate. Da kommt einer. Ja, ich hab ihn weg. Guck mal, wo ich lieg, Wicked. Wo liegst du denn? Guck mal. Ja, ich kann ihn nicht sehen. Ich muss hier einmal kurz aufpassen. Da fliegen schon wieder die Granaten. Nein, das gibt's doch nicht. Ganz klar. Wie sieht's hier aus? 8, 8. MC, guck mal. Ich komm auch zu nix. Wie abgepackt. We've got support fire. Oh, hier ist doch gleich einer wieder an der Halle, oder was? We've get. Jetzt Zeit. Gott, ey. Die Entwickler können sogar keine Ahnung. Wie schlecht. We've get oder we've got? Gott, Gott ist, Gott ist vergangen, ey. Wir kriegen das. We've. Guck mal. We've got. Hier, guck mal, Wicked. Nach rechts. Hinter dir. MC, wo? Wo? Ne, guck mal. Ah. Von, wo wird hier wieder geschossen? Wahnsinn. Wahrscheinlich von unten. Ich seh aber keinen. Ne, das kommt nicht von. Ich glaub von gegenüber. Da sitzt einer am Haus. Ja. Niki 13. Tja, da hast du lange gebraucht. Oh, hier unten ist. Na, da kommen wieder zwei hoch. Da ist einer. Sehr gut. Wieder? Ja. Oh, gegenüber wieder. Hier oben ist einer am Bogen. Moment, ich hab noch mit denen. Einer. Null. Wo ist der? Unten ist einer. Ja. Wir haben uns gegenseitig geblockt und haben gedacht, wir wären Teammates. Und stand da irgendwie eine halbe Sekunde oder so. Ah, da sitzt wieder einer hier im Haus. Und welchen? Ach, da an dem? Ah, gegen sie mal liegen wir. Nick 13. Du stinkst. Ah. Ja. Nehmen eine neue. Ah, Gott. Die gehen gleich wieder in eine Halle rein. Zwei Stück. Da werde ich die schön empfangen. Baretta, Alter. Das gibt's doch nicht, ey. Boah, ich bin... Boah. Ich dreh am Rad. Ich dreh am Rad hier. Was hab ich denn noch? Ich bin noch... Ich bin noch neutral. Wie fett ist das denn? Boah. Oben ist alles frei, oder? Ja. Ne, da unten ist aber einer an der Treppe oder so. Ich drehe nur mal jetzt einen rumen Punkt. Ne, der ist weg. Aber oh Gott. Irgendwie ist einer an der Halle drin. Ja. Das gibt's doch nicht, ey. Beretta, dieser... Ja, Beretta hat sich grad mit der Granate gekriegt. Oh, ey. Was kommt da? So cool, die Scar-Heart. Ich geh jetzt sogar anders lang. Kannst du in die Tonne treten. Also kommt dir nie die Scar-Heart. 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 Scheiße. Na Halle, ich kann richtig ganz gut hier. Hilfe. Ja, wie beim Volksfest, ne. Brinkroll mich, ich beschreiben sie directory! promise meint! Ich hä hisère! einer ich sehe noch kein ja das habe ich nämlich bewusst das gibt es auch nicht wie sieht es aus oh nein ich bin negativ ich bin positiv oh ja mit 14 zwölf ja ich hab's halt drauf oh ja so gucken wir uns das hier alles noch mal an und ich sage schon mal leute vergesst nicht abonnieren favorisieren liken und schöne kommen schreiben also könnt auch bleiben schreiben oder so aber wenn ihr verbesserungsvorschläge habt oder so oder wenn ihr mal bock habt was anderes zu sehen dann sagt bescheid lasst es uns wissen leute auf jeden fall wir sind immer für neues offen und recht flexibel definitiv ja ich sage an dieser stelle schon mal natürlich dankeschön fürs zuschauen leute war nett mit euch ich sag tschö mit ö da hast du mir die worte aus dem mund genommen okay dann gibt es von mir diesmal auch da gibt es von mir diesmal auch ein dickes tschö mit ö leute wir sehen uns ja in der nächsten folge bis dahin macht euch eine schöne zeit ja und was ihr sonst noch macht also leute haut rein ciao